Möge Allah euer Gebet erhören In unseres, Inshallah Unser Gebet ist Sünde, aber Inshallah Erhoffen, dass Allah durch ihn Seine Gnade, Inshallah Unser Gebet, Unser Intention, Unser Niyah, Inshallah Bonne sabat, Reben Salve Aleikum Bienvenue We have first in English, then in German Muslim, I'll write it here English, I'll write it here I'll write it here I'll write it here I'll write it here Allah, Ya Abdullah Somebody can translate for the French Sit next to a Kaisar, Kaisar knows French You know French? But don't sit next to Reben, sit next to a French speaking in Tubs He can translate You speak English? Reben? You speak? I'm going out of here You are educated Frenchmen French Very educated people We are happy to be Witness We are happy witnesses Of Allah's presence Masha'Allah Allah created us To be Witnesses Actually I'm seeking refuge with Allah Almighty And I try to hide Behind Inshallah With his secrets With his mercy We will make something for us Inshallah That we all listen There is not There is not a speaker and a listener No The speaker is the listener And the listener is the speaker Inshallah And In Of eternity He was When he created us All the souls When he created all the souls When he created all the souls And If he did not drink coffee He said Allah 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 You drink coffee? Allah 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 It is good for the account Many of the account Accounting In the akhirah Covid-19 They found In the Akhirah account Allah 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 Many of the house Mustafa Yes Then Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Then Destoya Sayyiduna When he created the souls Our souls All of us He asked us Alessu bi rabbikum Am I not your lord? And We answered Bala shahidna Verily Verily We are witnessing We are witnesses Verily 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 MashaAllah You created us Otherwise We wouldn't be here You created us And We can't be here Without you 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 created us We are here You are our lord You are the one who said Kun Faya Kun You You Not us We didn't do anything You did it You are our lord We are your Servants And you are witnesses We are witnessing that We were very happy that time When the question was asked We got drunk completely It was so beautiful It was not like this Speaking like I speak Or something No, no It was It was love It was asked It was love It was love It was love Everything was love You have to do everything with love Everything was done By love And love Because of love Love For Habib For the beloved one Love For the beloved one To beloved him He loves him He loves him And he loves him He loves him He loved him First Then he loved him And then That is the reason Why he created the universe Why he created you You are a result Of his love And a result Or From the light of prophet Muhammad You are a light You are a From the sweat of the prophet Sallallahu alayhi wa sallam That is your Creation, your life Because the prophet was sweating From that love He was so shy He was so shy When Allah looked at him For 500,000 years Every day 70,000 looks He was shy He was shy Finally And he sweat And that sweat That is us And Then It was very sweet And when we said Balak Shahidna Was also very strong We were drunk And we were doing like this Witnessing Witnessing is sweet Real witnessing is sweet Must be sweet Because it is witnessing beauty Witnessing light Witnessing love Witnessing wisdom Witnessing power Witnessing Everything witnessed All the 99 names Of Allah Almighty Witnessing And then there is more names Everyone has a name Every human being has a name Everyone Has a secret name With Allah Almighty And he is witnessing When he finds himself Then he will be witnessing As the prophet said Sallallahu alayhi wa sallam Who Knows himself Knows his Lord Man arafa nafsahu Pat arafa lafahu Knows his Lord Then you will find your name Your unique name There is a unique name For every human being As Marana said To us It is endless There is so many names We know 99 Prophets They know 1,000 Angels 3,000 And then there is more And more And more And more And angels As Marana said 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 Elias aus Frankfurt, und er hat schon bezeugt im Herzen und um den Segen des Segensbildes und um den Segen des Segensbildes vor Zeugen, vor anderen Zeugen, vor uns ablegen. Und das rührt daher, dass Allah uns erschaffen hat, als er uns erschuf, unsere Seelen erschuf, und da hat er schließlich uns gefragt, bin ich nicht euer Herr? Und wir haben gesagt, Bala Shahidna, wahrlich, wahrlich, du bist unser Herr, wir sind Zeugen, wahrlich, wir sind Zeugen. Und es war süß, sagt unser Sheikh, es war süß, die Frage war süß, die Frage war süß und die Antwort war süß, mit Süße. Weil Allah subhanahu wa ta'ala alles mit Liebe erschaffen hat, mit Süße und Liebe, aus Liebe zu seinem Liebten, aus Liebe zu Habibullah, er hat ja alles erschaffen. Er sagte, sagt er, und wäre es nicht für dich, Launaka, hätte ich es nicht erschaffen. Hätte ich es nicht erschaffen. Für was? Nee. Für dich? Ja. Für deine Liebe. War schon mal, ja. Er hat ihn geliebt und liebt ihn in Ewigkeit. Und das ist das Erste, er ist das Erste, was er erschuf. Sayyidina Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam. So hat er sich gesagt. Als Erster, hat er als Letzter, als er gekommen, als Letzter auf diese Erde, um die Lücke zu schließen, die zu schließen war, von dem perfekten Kreis der Prophetenschaft, war eine Lücke frei, um den Chaten zu schließen, hat er geschossen. Perfekt. Perfekt. Perfekte Nachricht, perfekte Botschaft. Und er hat ihn erschaffen und hat auf ihn geschaut. Er hat sein Licht genommen und ihn erschaffen. Und er hat dieses Licht, ihm hat er Verständnis gegeben. Es konnte verstehen. Es konnte, wenn er gesagt hat, geh, dann ging es. Und wenn er sagt, komm, dann kam es. Und auf dieses Licht hat er geschaut, 500.000 Jahre, jeden Tag 70.000 heilige Lücke. Und schließlich hat Prophet Brahms langsam geschwitzt, hat er geschwitzt, weil er sich geschämt hat, weil er schüchtern ist und sich schämt. hat er geschwitzt. Und dann dieser Schweißtropfen, das sind wir. Dieser Schweißtropfen hat sein Mann, sein Mann, sein Mann, das ist der Mensch, der Mensch, der Schöpfung Mensch. Sein Licht und seine Licht. Deswegen sind wir so geehrt. Es war eine Ehre, Zeuge zu sein. Aber wir sind dazu geboren, Zeuge zu sein. Jetzt wird Elias Inschallah das sagen vor uns. Und wir alle haben das gesagt. Asshallahallah, 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 Asshallahallah. Also unsere Absicht ist, das immer zu sagen. Immer zu sagen, immer zu denken und immer zu sein. Immer daran, in diesem Bewusstsein zu leben, in dieser Zeugenschaft zu leben, in dieser ständigen Zeugenschaft. Immer Zeuge Allahs zu sein. Bei allem, was wir tun, bei allem, was wir sehen, bei allem, was wir sprechen, bei allem sollen wir an Allah denken, den Orang machen. bei allem, damit wir immer ihn bezeugen. Das ist eine ständige Zeugenschaft. das ist eine ständige Zeugenschaft. Das ist eine ständige Zeugenschaft. Sie ist verloren. Sie ist verloren. Sie ist eine verlorene Handlung. Eine müll. Eine Handlung, die verloren ist. weg ist. Die du nicht mehr findest. Nicht im Achira wieder findest. Eine Handlung, die du tust, die du nicht mehr findest. Die findest du im Achira wieder. Die wird immer bei dir bleiben. Danach wirst du gesehen. Insha'Allah. Allah sieht das. Allah sieht dich immer. und das ist unsere Grundlage, auch die Grundlage vom Weg des Meisters, unseres Meisters, dass wir etwas tun, so als wenn wir Allah sehen. Und wenn wir ihn nicht sehen, dass wir genau wissen, dass er uns sieht. Und das ist Exan, nennt sich das. Exan. Und Exan ist die Grundlage von Tassavuf. Tassavuf. Tassavuf, das sagen wir, Sophismus. Wir sind geirrt. Und im Heiligen Koran steht, er verbindet euch. Wie wollt ihr das machen? Wie wollt ihr immer denken? Einmal ist es die Absicht, die Niyad, so die Absicht fassen. Wenn der Prophet sagte, Sallallahu alayhi wa sallam, kullwa amadu, die Niyad. Alle Taten, die du tust, sind entsprechend deiner Absicht, sodass du immer Absicht fassen musst. Für alles, was du tust. War seine Absicht. Für alles, was du tust. Alles hat die Absicht, inshaAllah, Allah zufriedenzustellen. Dass Allah happy mit dir ist. Prophet ist happy mit dir. Resheikh ist happy mit dir. Deine Brüder und Schwester sind happy mit dir. Menschen sind happy mit dir. Ja, das versuchst du. Deine Absicht. Einhandlung. Oder wieder. Egal, was es ist. dunya oder hachya. Alles unter dieses. Niyad. Dann, ob du erfolgreich bist oder nicht, ist nicht so wichtig. Mit deiner Absicht. Wenn du die Absicht hast, dann macht Allah, inshaAllah, subhanahu wa ta'ala, dich vollkommen, diese Handlung, diese Tat, vollkommen. InshaAllah. Macht dir keine Sorgen. dann ist der Befehl von Allah, subhanahu wa ta'ala, wir folgen die Befehle von Allah und die Befehle Rasulullahs, sallallahu alaihi wa sallam, und die Befehle unseres Schicks. Und die Tarika ist Scharia. Tarika ist Scharia azima. Das ist die Regeln und die Anordnungen Allah subhanahu wa ta'alas, fest, mit ganzem Herzen, mit vollem Power, mit ganzem Engagement einzuhalten. Das ist Tarika. Sufismus. Sagen sie. Und Tarika ist Sohba. Auch zusammen sein. Sohba al-khayru fi jamir. Tarika ist Zusammen, ist die Zusammenkunft und das Gute liegt in der Gemeinschaft, der Segen. Und damit ist der Schächt gemeint, die Sohba mit dem Schächt, das Zusammensein mit dem Schächt, mit Maulana. Sohba. Und das ist der Befehl aus dem Heiligen Koran. Rabitu. Rabitu. Und dann an anderer Stelle Kunu maa sadiqin Sarabala. Rabitu. Kunu maa sadiqo Esadik. Ja, verbindet euch. Verbindet euch. Sohba. Sohba. Seid zusammen mit dem Schächt. Soviel wie es geht. Immer. Inschallah. Manche fragen mich, wie machen wir Rabitu? Wie sollen wir Rabitu machen? Rabitu ist ein Teil unserer Übung, die wir täglich absolvieren. Inschallah. Unser Vazifa. Da machen wir täglich Rabitu. Rabitu. mit dem Schächt auf dem Herzen. Das ist richtig so. Was müssen wir machen? Dann schauen wir. Und das ist leicht. Du konzentrierst dich. Du denkst an den Schächt mit Liebe. Du denkst an den Schächt mit Liebe. An sein Herz mit Liebe. An seine Gegenwart mit Liebe. An seine Erinnerung. Egal wie du willst. Wie du willst. Wie es kommt. Du musst dir einführen. Heute ist leicht. Früher war es schwierig. Heute ist leicht. Du denkst an den Schächt und zack ist er da. Mit dir. Es ist leicht. Schallah. Rabitu. Schnell. Und mach es intensiv. Mit Liebe. Musst du nicht so lang. Hin und her. Und ohne. Das will er. Mit Liebe. Herz zu Herz. Dann bekommst du. Was er dir gegen den Schaden hat. Und du kannst Rabitu machen. Bei allen deinen Sachen. Deinen Gebeten. Deine Siggern. Deinen Taten. Denk an den Schächt. Ruf den Schächt. Sei mit dem Schächt. So viel du kannst. So viel du willst. So viel. Er will. So viel. Er will. Er ist mit dir. Wenn du ihn liebst. So viel. Dann sind deine Handlungen stark. Manche. Manche Schächt. Manche. Von den Erlachar Javan. Manche Meister. Von früher. Manche sagen. Du musst immer Rabitu machen. Immer. Dein Siggel. Siggel ohne Rabitu ist nicht. Haben sie gesagt. Manche. Mit Rabitu. Rabitu ohne Siggel. Ist möglich. Sogar. Geht ja gar nicht. Aber. Es. Das ist. Our things. Inshallah. We have to. We are honored. And not. By witnessing. By being witness. We are created to be witnesses. Created to know God. I created this creation. Because I was a hidden treasure. And I wanted to be known. He said to David. Salah Salah. Alei Salaam. I wanted to be known. Known means. You are witness. You are witness. Ja. Wissen. Ihn wissen. Ihn zu kennen. Heißt. Ihn zu bezeugen. Wenn du etwas kennst von ihm. Bezeugst du es. Wenn du eine Eigenschaft kennenlernst. Wenn er dich kleidet bei deiner Eigenschaft. Und dir die eine Eigenschaft. zur Erkenntnis gibt. Das ist Freude. Ehre. Liebe. Licht. Schönheit. Und deine Bezeugung. Du bezeugst es. Du sagst. MashaAllah. Allahu Akbar. Walilaylhan. Subhanallah. Yes. You are happy. You are beautiful. You are witnessing a beautiful characteristic from Allah Almighty which is manifesting within you. And you are witness. You are honored. You are honored. You are honored. Very much honored. By good. These good characteristics manifesting within you. He said that he is my. The human being is my Khalifa. He is my representative. He is witnessing. And we have witnessing as much as possible always of course. That is our aim. Aim for Muslim, Mu'min, Sufi, whatever you say for a human being is witnessing always. Because Allah is always. You are always inshallah. You have to witness always. You are honored always. And the Prophet said, sallallahu alayhi wa sallam, if you are not remembering Allah and you do something, this is a cursed. It's a cursed action. It's an action. No value. It has no value. Because it's lost. It's lost. It's lost. It's out of love. It's not. You don't give it where it belongs to. Every action belongs to Allah. Every action belongs to Him. You have to do it for Him. That is why the Prophet said, and that is the way to do it, because we are weak persons, much too weak, to do always actions and remembering always Allah, because we are always remembering our nafs too much. The desires of our nafs, we are giving Him the most importance. But you have to remember Allah. So, He said, Every work, what you do, every action, which you do, is seen by your intention. As seen by your intention. As your intention was, this action has a value. If it is successful or not, it doesn't matter. You make intention for everything. Belonging actions, belonging to this world, worldly actions, dunya actions, or aghira actions, with the intention for next life, actions, everything for Allah, to make Him happy, to make Allah happy. This action I do to make Allah content with me, that He is smiling to me, that He is happy with me, that Rasulullah s.a.w. is happy with me, that He is not angry with me, that He is happy with me. I do an action that, I'm thinking, is he happy with that action or not? Before I do it. And I'm thinking, you have to think before, not after. Before you make action, you have to think. Not after, after is too late. After comes the suffering, the cleaning. Alhamdulillah. Before you do it, you must think. He is happy with me, everyone happy with me. This is a good action, this is my intention, I do it for that, there is a reason. Then it doesn't matter if you are successful or not with that action. No. Allah makes it complete. He counts it complete. No problem. There is one thing. Easy to do, if you remember. If you remember to make always intention, it is easy. You have to try to remember, not to forget. Secondly, there is Rabita. As is the order in the Holy Quran, Rabitu, connect yourself with Allah, with Rasulullah, with your Shaykh. Connect with the Sadikin. In other places called, Kunu Maa Sadikin. Salakallah. Kunu Maa Sadikin. You have to connect. When you are connected, you are in Zikr. And especially, especially, we are taught by our Master, the Rabita. The Rabita to Sharifa, which is with his heart. With his heart. You are connecting. Anytime, you can connect. There is a special time in our Wazifa, daily practice from our Zikr. That is every, after the Shahada, Astagfirullah, after Astagfirullah, we made Rabita to Sharifa. For some time. He said, with love. With love. That is amazing. It doesn't matter. Today is easy. In former times, it was not so easy. You have to make a special method. Hadab and this. And so on. Now, it's very easy because. It's the time. It's getting more easy to connect. And the moment you think about him with love, he is with you. With you. If you put your heart with him, with love, he is with you. Directly. He is with us. He is with us. He is with us, Rasha. Then, any time of the day, you may think about him. With love. And you are connected. When you are in connection, you are in Zikr. As the Prophet said, only action with Zikr is a good action. May Allah help us. Amen. To be connected. Amen. Amen. Shaykh Ahmed, Efendi, son of Allah, Shaykh, his Fadidhu. He is our Shaykh. Living Shaykh. And he is saying Das bedeutet, dass Sie ein Rabita mit unserem Scheich machen können. Sie können mit Marana Scheich machen, wenn Sie mögen. Wenn Sie an den Rabita machen mit Marana Scheich machen können, und es ist glücklich, und es ist glücklich, und es ist glücklich, wenn Sie mit dem Rabita machen können, Sie können mit unserem Scheich machen. Wer macht mit jemandem, kann es mit jemandem, wenn Sie einen anderen Ort finden. Es gibt viele Geheimnisse. Wenn Sie ein Rabita mit unserem Scheich machen können, vielleicht gibt es so viele Saints in-between, die wir nicht wissen. Intention. Niyat. Sie erreichen seinen Herz. Und auch, weil wir die gute Gleis und die Gleisungen in der Gemeinde, und die Gäste, und die Gäste, und die Gäste, und die Gäste, und die Gäste. Es ist wohl überall in der Welt, he macht so viele Gruppen, so viele Menschen, sie haben dazu gebracht, so viele Menschen, sie werden zu Sufischen Menschen. Er ist nicht hier so und das. Und ich bin dieser Group. Von dieser Group. Er sagt das? Nein, nein. Er hat gesagt, das ist der Gegenteil. Er hat uns alle Gruppen gemacht. Was machst du? Unsere Gruppe-Leaders. Vergiss das. Du bist ein Servant für deine Gruppe. Du bist nichts. Wir sind nichts. Allah ist alles, und wir sind nichts. Und er war nichts. Und er kam für alle Menschen. Er sagte nicht, dieser Gruppe, dieser Gruppe. Er kam, weil er die Heilung für die Menschen hat. Er hat die Heilung für die Menschen. Das ist der Grund, warum er kam. Nicht, ich komme. Ich bin das. 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 Komm zu mir. Nicht da. Er sagte das? Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich bin das. Du kannst, was du möchtest. Du kannst, was du möchtest. Es gibt so viele Möglichkeiten. Allah. Öffne die Tür. Die Tür. Die Tür. Die Tür. Das ist die Wirklichkeit. Wir verstehen das. Aber er wurde für alle Menschen. Für alle Menschen. Nicht nur weil er es Gott sei Dank, weil er uns etwas hat. Nicht weil er es will, weil er es will. Ich weiß nicht, was er will. Was er will? An der System? Nein, nein. Sheikh Mehmet sagt auch, und jemand von Sheikh Mehmet gehört, dass er seine Kharifat hat. Er sagt, dass er seine Kharifat hat. Er sagt, dass jeder geht in diesem Gruppe für Zikr, für Sohbat, wo sein Herz ist glücklich mit dem Gruppe. Er kann dort gehen. Ja. Everywhere, everyone. Er sagt das. Ich habe das gehört. Ich kann mich nicht vertrauen, aber es gibt andere. Wir haben auch zusammen gehört, von seinem Haus. Okay, meine Brüder und Schäuze. Everywhere. Wir folgen ihm, Sheikh Mehmet, oder nicht? Wir wollen ihn folgen? Oder nicht? Oder wir wollen etwas folgen, und das, das, Sie sind nicht folgen. Sie sagen, Oh, meine Brüder, nicht gehen zu diesem Gruppe. Sie sind mit mir. Ja? Wie so? Allah weiß. Nein. Jeder geht, du kannst nicht schlau sein, weil dein Herz bist glücklich. Du musst glücklich sein, du musst glücklich sein, du musst glücklich sein, du musst glücklich sein, du musst dich inipsen. sonst können wir nicht geringer. In sha Allah, atariqa soba wa khaira fi Jamiya, rarlita immer mit wana. Und wenn wir Arabita machen, wir wissen gar nicht, die Geheimnisse, dass da viele Heilige vielleicht dazwischen sind oder was für, das wissen wir gar nicht, wie wir sein Herz und Wirklichkeit erreichen. Und so viel wie wirklich Arabita mit ihm und Maulana, Sheikh Mehmed Effendi, Al-Hakani, Rabani, Kubrusi, der Halif von Maulana, sein Sohn, hat uns, der lebende Sheikh, unser rücklicher Freund, hat uns gesagt, als sie fragten, wenn du der Arabita, mach Arabita mit Maulana, Sheikh, wenn du daran gewöhnt bist, mit wem du bisher Arabita gemacht hast, wo dein Herz gewöhnt dran ist, mach weiter Arabita so, wie auch immer. Und wie dein Herz. Manche mit Sheikh Mehmed, manche haben die Maulana gar nicht gesehen, sehen die Maulana, die kommen erst heute, morgen, oder mach vielleicht mit Sheikh Mehmed, Rabita. Ist kein Unterschied. Ist eine Tür, kommst du an, kommst du, gehst vorbei, kommst du auch zu Maulana, immer zu Maulana, kommst du. Egal, welche Tür du nimmst. Es ist eine Tür, Tür ist eine Tür, Tür ist, dass du durchgehst, reingehst, dass du reingehst, dass du reingehst. Und die Sickels und Sickelgruppen, die wir haben, überall, die sind alle gesegnet. Wir sind alle mit Maulana, Maulana hat, ist nicht gekommen mit einer Botschaft zu uns, wo er sagt, ich möchte das und das hier aufbauen und dieses System und das und das und das und das und das. Das ist nicht seine Absicht. Seine Absicht war immer und ist immer noch Barmherzigkeit für die Menschen. Barmherzigkeit für die Menschen. Und zwar Barmherzigkeit für alle Menschen. Also wie wird er einen Grenzen aufbauen und Gruppen machen und Namen geben, damit keiner Zugang hat? Gegenteil. Als Gegenteil vor vier Jahren gemacht hat, die alle, die Sufi, alle gesagt haben, ich bin kein Sufi. Nein, ich bin Rabbani. Und dann ist Rabbani. Herrlich, er ist herrlich. Vom Herrn. Er ist vom Herrn. Und der Herr ist barmherzig. Und zwar für alle und alles. Für alle Menschen. Also macht er nicht irgendwelchen Namen. Und er sagt, Sheikh Mehmed sagt ihm, was Gruppen betrifft, Gruppen, Säckegruppen, Sofbarth, Gruppen. Man hat auf der ganzen Welt, Maschallah, alles eingerichtet. Alles zum Dienst, als Ausnahmherzigkeit für die Menschen, nicht um irgendein Ding aufzubauen. Wie ist denn jetzt die Gruppe, die Gruppe überhaupt? Bist du die Gruppe überhaupt? Wer bist du denn? Nichts. O Sickeleiter, o Gruppenleiter, du bist nichts, ein Nichts. Entschuldige, ich wiederhole nur, ich sowieso nicht. Aber ich wiederhole nur, was der Sheikh gesagt hat und sagt. Bist ein Nichts. Allah ist alles. Absolut. Allah ist absolut and we are nothing. We are... No. Er sagt so, Allah ist absolut. Absolut and we are absolut nothing. Wir sind absolut nichts. Und Sheikh Mehmet selbst, und wir folgen Sheikh Mehmet, ist unser Sheikh, unser Khalifa, vom Alana eingesetzt. Und er hat gesagt, als die Frage kam, geht, wo euer Herz happy ist, glücklich ist, in Frieden ist mit der Gruppe, Sicke-Gruppe, mit der Sicke-Gruppe, wo ihr richtig zufrieden seid, dann geht da hin, sucht, wo ihr zufrieden seid. Wenn du mit der Sicke machen könntest, willst du Sicke machen, wenn du nicht zufrieden bist? Mit einem zusammengezogenen Herzen? Willst du Sicke machen? Wenn du Sicke machst, musst du das Herz aufmachen. Also gehst du dahin, wo dein Herz zufrieden ist, und mach Sicke. Du gehst wegen Sicke dahin, nicht wegen irgendeinem. Wegen irgendeinem. Oder zweien, oder dreien. Lass ihn nicht zwingen. La ikrafideen. No force in Islam. No love in Islam. Only. By love. By heart love. If you like, make. Bismillah. If your heart is content, do it. With convincement from your heart. That is the law. It's a law. One of the laws. You can say it's Sharia. Stop it. I'm saying it like this. No, because Mohiuddin Madhavi, he said, the name of my religion is love. No? He said, it's not this, not this, not this. It's love. The name of my religion? Love. That is, we are listening to Maulana, Sheikh Mehmet Efendi, and say to everyone, go there where your heart is content. And you can make zikr, and your heart is open, and you can get nearer to Maulana, nearer to the brothers and sisters. There is love, there is love, there is muhabbat, and you can continue on your way, everywhere, anytime, wherever you live, take the best, what is nearest to you, go there. Yes, this was a long speech, just for the Shahada, for Elias, and he has to go, he said. I'm keeping him. Keep his time. Ich habe mir seit deiner Zeit für die Anspruch genommen. Entschuldigung, eigentlich wolltest du ja nur Shahada sagen. Das war jetzt eine lange Vorrede. Lange Rede, kurzer Sinn. Bismillahirrahmanirrahim. Dann gib mir mal ein Mikrofon. Ich mach das schon. Die Bedeutung, die kennst du schon alle. Allah subhanahu wa ta'ala ist, die Existenz, menschliche Existenz zu bezeugen. Und die Existenz, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Zul salam. Fainati. Ich bringe das langsam vor. Ich bringe das langsam vor. Ich bringe das langsam, insha'Allah. Das ist ja, Sayyidina Mehdi, das ist ja. Ich bin der Schaitan, der Schaitan, der Rajeem. In der Bismillahirrahmanirrahim. Aashadu. Aashadu. An. Amen. La ilaha. La ilaha. Ilallah. 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 Wa aashadu. Wa aashadu. Anna. Anna. Muhammeden. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa asuluhu. Sallallahu. Sallallahu. Aleyhi wa sallam. Aashadu. An. La ilaha. Illallah. 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 Wa aashadu. Anna. Sayyidina. 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 Muhammedan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Rasuluhu. Rasuluhu. Sallallahu. Sallallahu. Alayhi wa sallamu. Alayhi wa sallamu. Aashadu. Aashadu. An. Alayhi wa sallamu. Alayhi wa sallamu. An. So, dann, das ist ein originales Name. Elias. Ja? Ja. Wollen wir nicht ändern. Okay. Können wir aber ändern. Also nicht ändern, also hinzufügen. Ja. Ändern wir auch nicht. Elias ist ein guter Name. Okay. Super. Ja, Elias. Ja, Allah. Nimm diesen, diese Shahara, diese Zeugenschaft, dieses, dieses Bekenntnis von unserem Bruder Elias an und tu dieses Bekenntnis in die Schatzruhe von Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam als ein Treuepfand für eine Zeit, wenn er es braucht. Insha. Amen. Allahumma thabidhu ala al-haq. Allahumma thabidhu ala al-haq. Allahumma thabidhna. Allahumma thabidhu ala ala al-haq. Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt so weit. Also schon Wert, kennst du Wert? Der Treueschwur, noch nicht? Treueschwur ist, was die Gefährten mit den Propheten gemacht haben. Die Gefährten vom Propheten haben ihm zweimal den Treueeid geleistet. Er hat die Hand gegeben und er hat gesagt, wir sind mit dir, der Rasulallah. Zu versprechen, immer mit dir zu sein und dich zu verteidigen und mit dir zu sein. Und nicht zu lügen und nicht zu stehen und das Beste zu tun mit jedem Menschen. Und das sagen wir, weil unser Scheich ist ein Waris Rasulwa, wie nennt sich das? Ein Erbe des Propheten, der ihn repräsentiert. Weil der Prophet muss immer jemanden haben, zu jeder Zeit, für alle Zeiten, der ihn repräsentiert. Und das ist unser Scheich. Und deswegen geben wir ihm auch den Wert. Willst du das aufholen? Ja. Ja? Gut, dann hast du die Verbindung, die Rabita. Das ist gut. Komm ein bisschen näher. Noch ein bisschen. Okay. Keine Angst. Wir geben den Wert. There was another one. Ja, hier. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ich bin schaech, ich bin schaech und ich bin schaech, ich bin schaech. Allahumma thabittum ala al-Haqq Thabittna kulluna ala al-Haqq Und wieder beid fi ghezhan, namun nos sheikh Muhammed, nalim al-ga'ani, Arabani Hatta, mashaAllah Ilah adrati Nabiye sallallahu alaihi wasallam Derwe, Jami Classic Enbiya, warria khasana al-Khajagahan Khushbusa, Ch Ш sup'lan Naxhbanu, Olaysi, Abu Khaari, Sultan Aliyah, Shaykh Abdul-Hafz al-Ghastani Sayonab Bukhari, Ghujdao, Ani Wollan al-Shaykh Mehmed Efendi, al-Hakani, al-Rabani, al-Kubrusi, wa-Sidhiki, yuna, al-Fatiha. Barak, Barak. MashaAllah, MashaAllah. Hoppa, hoppa. Komm wieder. Ja. Komm öfter. Ja. 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 Ja.